Peter Wollny hat kürzlich ein Video veröffentlicht, bei dem Fans sofort hellhörig geworden sein dürften. Es ging um Harald Elsenbast. Bereits seit 2010 sind Sarafina Wollny und ihre große Liebe Peter ein Paar. Nach 13 Jahren ist der 30-Jährige natürlich längst fester Bestandteil von Deutschlands bekanntester Großfamilie. Doch der zweifache Vater hat genau wie Sylvanas Partner Florian Köster einen Sonderstatus. Beide gehören fest zu den Wollnys, können als ehemalige Outsider jedoch auch einen erfrischenden, anderen Blick auf die Familie werfen und die Geschehnisse im RTL-2-Clan ein wenig objektiver beurteilen, als es vielleicht bei Sylvia Wollny und Co. selbst der Fall ist. Peter Wollny meldet sich auf Instagram zu Wort und sorgt für eine Überraschung. So gab es in der letzten Staffel von »Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie«, beispielsweise eine Szene, in der sich Peter und Florian über Loredanas Teenie-Schwangerschaft unterhielten. Peter berichtete danach im Interview mit dem RTL-2-Kamerateam, wie die Nachricht, dass das Nesthäckchen in anderen Umständen ist, wirklich bei Sylvia und Co. ankam. Hier alle Infos größer als größer als größer als. Am 23. März, lange vor der Trennungsverkündung von Sylvia Wollny, meldete sich der 30-Jährige in einem kurzen Video auf Instagram zu Wort und ließ Fans mit einer kleinen Bemerkung hellhörig werden. Schon damals hatte es Spekulationen gegeben, Sylvia Wollny und Harald Elsenbast könnten sich getrennt haben. Einen wunderschönen guten Tag, begann Peter in dem Clip sein Update und verlor dann ein wenig den Faden. »Wir chillen hier gerade unser Leben, wir haben gerade zu Mittag gegessen, und jetzt geht's runter zur Oma«, erzählte er. »Kassai, Emory, gehen wir runter zu Oma?«, fragte er seine Zwillinge. »Doch die wollen jemand ganz anderen sehen.« »Opa, Opa«, riefen sie aufgeregt. »Opa Gravis?«, fragte Peter. »Okay, wir müssen mal gucken, ob der Opa wieder da ist.« Die Wollnys, für Emory und Kassai ist Harald ihr Opa. Was eigentlich eine Lappalie war, räumte damals schlagartig mit einem seit langer Zeit kursierenden Gerücht auf. Der 62-Jährige sei bloß noch ein Kompase in der RTL 2-Show, und im wahren Leben gar nicht mehr mit Sylvia zusammen, hieß es damals. Dass ihn Sarah Finas und Peters Kleinkinder jedoch voller Elan-Opa nennen, ist der Beweis, dass Harald Elsenbast zumindest damals eine zentrale Rolle im Leben der Wollnys spielte. Für Sarah Fina, Estefania, Loredana und Co. ist er eine Vaterfigur, und für deren Kinder eben der Opa. Doch wie ist die Lage jetzt? Sind Harald und Sylvia Wollny noch zusammen? Alle Details erfahrt ihr hier. Untertitelung deronents